Ja, gut. Wieso hältst du so viel aus? Ja, auf damit, das tut weh. Das tut weh. Heilung. Der chinesische Gesundheitsminister Heilung steht zu ihren Diensten. So. Mehr. Wär auf mit dem Blödsinn, Mann. Bist du jetzt tot? Nein. Ach Gott, ist das... So. Oh. Was? Ah, diese Pussy. Komm hier runter. Kämpfe. Meine Güte. Ja, ist gut. So. Oh. Oh. Mann, wo ist der Kro? Der hat mich nicht lieb. Wieso kann ich... Ja. Wieso kann ich... Ja. Das nervt! Mann! Ich hoffe, die... Sachen von Ron hat das zumindest noch... Nicht beibehalten! Sehr schön! Jetzt hab ich das alles nochmal machen. Wunderbar. Machen wir erst mal das, womit wir mehr Schaden machen. Vielleicht bringt das ja etwas... Und ohne, dass ich es weiß, hab ich grad Besuch bekommen. Und sitzt gerade hinter mir oder neben mir. Und ich weiß nicht, wie lang diese Person schon hier sitzt, aber... Ein Grinsen auf dem Gesicht. Fünf Jahre. Ich glaube, zwar sollte es nur fünf Minuten sein, aber immerhin. So. So, das haben wir jetzt wieder gemacht. Und wir haben einen weiteren Kristall gefunden. Das ist sehr schön. So. Und jetzt... geht es wieder los. Dass wir versuchen, diesen Scheiß zu überleben. Ich nehme mal an, das ist eigentlich der erste Bossgegner. Ja. Komm. Übelst nervig. Ach. Juhu. Nein. Nicht heilen. Yeah. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal hinrichten. Der Pfeil, der dürfte eigentlich niemals treffen, aber das ist völlig... Oh. Egal. So. Und wieder. Eigentlich kriegt der Pfeil ganz woanders hin. Oder der... Ja, Pfeil. Ist ja kein Bolzen. So. Und... Der Nächste. Alle an derselben Stelle. So. Du hörst jetzt auch mal auf mit dem Blödsinn. Mensch. Das tut weh. Oder oben. Auf. So. So. Jetzt habe ich etwas, mit dem ich viel, viel schneller schießen kann, als vorher. Nehmen wir etwas Heilung. Oh. Und das Ziel, wie sie hat sich auch verändert. Warum auch immer. Da oben? Ist noch einer? War einer? Was? Ich schaffe es gerade nicht zu treffen. Ah. Wenn man schneller hintereinander schießt kann, ist das doch schon viel besser. Ich werde das verdammte Schwert nicht benutzen. Warum auch immer du gerade bei meinem Laptop warst. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe mich bemerkt. toll. Ha. Ha. Hat ja doch noch gereicht. Ja. Was ist los? Hup 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 hups Ab Sache, das wurde jetzt nicht alles von meiner Schussanzahl abgezogen Ja, und ab wieder den Supertrank, Zaubertrank trinken Und... Ah, es geht weiter Mann Das ist jetzt der monstrosste eine Mann Der Mann mit seinen dummen... Zauberwellen Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass ich jetzt... ...schneller unterwegs bin, seitdem ich... Nein Nein Stirb, stirb! So Mann Nerviges Vieh ist das Na, und ich laufe noch in die Falle Sehr schön So, da hinten bist du Nichts da Diesmal wirst du sterben Und ich sollte mehr ausweichen, wie ich das jetzt auch tue Danke Du bist da Am besten noch zu dem richtigen Zeitpunkt und alles ist palettig пог adult Meine Güte! Meine Armee! Den Zaubertrank von Miraculix! Musik Die Queen of Darkness, accept this humble offering, drink deep, my Queen. You'll grow accustomed to it in time. The Wargar were drinking something. Could it have been that silver liquid your father spoke of? Perhaps... There is potent magic within that liquid. Perhaps it is something you can use to your own advantage. Your father described it as evil, and I trust him more than you. My father knows little of the ways of magic, and he deems anything that he does not understand as evil. All I am saying is that if you find yourself overpowered, that liquid just may save your life. Regardless of whether or not you choose to claim this liquid's power, give me the crystals you have gathered, and you may still partake of mine. This must be the world the Lord Mayor spoke of. Ah, the entrance to the dungeons. I don't see any traps or pressure plates, but we better be sure there is no... Oh come on old man, do you want to live forever? With you around girl, I'd settle for making it to tomorrow. Hmmmmmmmmm... dass es sich bei dieser Tochter ja natürlich um diese Dame handelt, mit der wir gerade noch mal gesprochen haben, deren Name mir mittlerweile entfallen ist. Komm schon, Kaddeck. In der Leben bist du weder der Hörer oder der Hörer tot. Warten bedeutet nur, dass jemand anderes wählt. Er ist wahrscheinlich beurteilt, was hier passiert ist, dass mir die Erinnerungen für mich bringt. Der Midnight-Tor und was sie mit meinen Leuten getan haben. Er weiß, dass ich nicht darüber denke. Ich denke nie darüber. Chapter 2, Dungeon of Dyfed. Of Dyfed. Dyfed. Ich war mir gefragt, wann du nach unten kommen würdest. Es ist dann, dass du siehst, Alara. Wie viele Mal muss ich es sagen? Journal Updated. Oh, da sind wir jetzt wieder. In-game, 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 in-game. Wir können wieder aufpassen. Was? Oh, das ist immer ein Schaden. Lass uns mal schauen. Langeweilig! Ich hab nicht mal Schaden bekommen. So, wir sind endlich im zweiten Kapitel angekommen, was ja auch seine Zeit gedauert hat. Knapp 16 Parts. Irgendwie zu lang. Fast schon. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat. Das werden wir aber bestimmt noch erfahren. So, search the Dungeons for the people of Dyfed and Majors Daughters, Seraphine. So, die Seraphine, die haben wir doch, glaub ich, eigentlich schon gefunden, oder wie war das? Keine Ahnung. So, können wir hier durch. Waffen wechseln. Also. Waffen. Harpy's Talon. Es leuchtet. Skyfall. Hm, das war aber schlechteres Skyfall. Nee. Da komm ich nicht dran, aber das ist eine tolle Farbänderung. Egal. Äh, so war Waffen wechseln. Äh, ich weiß das schon. Hm. Ich muss da durch, so. Nur mit E geht das. Ich kann ja nicht zu Fuß da durch. Schau jetzt nicht, Karak, aber da könnte es ein bisschen ein Spiderproblem sein. Oh, groß. Mehr Bugs. Schau nicht, mich zu schützen. Jaa. Und die Seele überträgt sich auf den Mann. Ja, was auch immer. So. Hm, älteren Dungeons, okay. Ja, jetzt holen wir unsere Gebet, bitte? Willst du alle die Gäste in Heaven und alle Engel singen deine Römer? Hey, sie haben die anderen tiefer in den Belgien in diesem schrecklichen Ort genommen. Auf welchem Ende, weiß ich nicht. Es gibt Terroristen. Terroristen unten in der Nacht. Bööö, tiefer, tiefer. Gibt's noch viel mehr böses, böses Kreaturvolk. Der Terror haust dort. Werden wir mal nachschauen, ob das stimmt? Lass uns die Hände schlafen, wenn wir zurückkommen. Ein weiterer Weg nach draußen, wenn wir ihn rauskommen. Oh, da will jemand kämpfen, anscheinend ständig nur zu wagen. Was haltet ihr von der Option? Na komm schon. Lass mir den Kill! Ich hoffe, den hab ich gekriegt. So. Aber der erste war vorhin ein schöner Kopfschuss. So. Da ist nichts. Aber hier. Reden wir mit der Drohne. Das ist so. Found. Ah, wir haben ziemlich wenig davon. Und wir haben einen extrafohlen. Das war sehr, sehr hoffen. Und wir haben dann keinen Fall. Hier haben wir einen Merkmalen.